Warum du auf keinen Fall eine Diät machen solltest, wenn du den Bauch loswerden willst und was du hingegen tun musst, damit er ein für alle Mal wegkommt, das erfährst du in diesem Video. Schau mal, es gibt genau zwei Dinge, wo jeder Mensch denkt, aha, ich muss nur das und das machen und dann nehme ich ab. Das erste ist, ich muss möglichst viel Sport machen und das zweite ist, ich muss möglichst wenig essen. Wenn es so einfacher wäre, dann frage ich mich, warum es trotzdem die meisten Menschen nicht schaffen. Die Statistik zeigt, 80% der Menschen, die abnehmen, haben immer einen Jojo-Effekt. 80% von 100, das ist irrsinnig viel, das heißt 8 von 10 Menschen nehmen wieder mehr zu, als sie abgenommen haben innerhalb von 6 Monaten. Das bedeutet, eine Diät ist von vornherein zum Scheitern verurteilt. Das heißt, du darfst erstens mal nicht genau diese zwei Fehler machen. Du darfst nicht denken, okay, ich muss möglichst viel Sport machen und ich muss möglichst wenig essen. Aber es ist vollkommen klar, dass du es denkst, weil genau das funktioniert kurzfristig. Das heißt, es führt ja tendenziell dazu, dass du in einer Woche 2, 3, 4, 5 Kilo verlierst. Aber das Problem dabei ist, wer will denn sein Leben lang möglichst wenig essen? Das kann ja keiner durchhalten. Denn wenn du so wenig isst, was passiert dann? Nun ja, du wirst weniger Energie haben, du wirst dauernd schlecht gelaunt sein, du wirst unglücklich sein, du wirst zu hoher Wahrscheinlichkeit einen Jojo-Effekt haben. Das bedeutet, du wirst abnehmen bzw. schlank sein mit negativen Sachen verbinden und assoziieren. Weil abnehmen dann bedeutet, okay, ich muss mich hungern, ich muss unglücklich sein, ich muss schlechte Laune haben. Und ich sage dir, das ist nicht der Fall, das ist der falsche Weg. Du musst dir das nämlich so vorstellen, du fährst ja gern in den Urlaub, richtig? Richtig. Warum fährst du gern in den Urlaub? Nun ja, weil es dort warm ist, du kannst dich entspannen, siehst mal einen anderen Ort, kommst auf andere Gedanken, isst gutes Essen, bist von hübschen jungen Frauen vielleicht umgeben und kannst einfach mal abschalten. Und jetzt stelle dir vor, jedes Mal, wenn du in den Urlaub fährst, gibt es dort schlechtes Essen, es regnet den ganzen Tag, alles ist scheiße. Also, würdest du dann gleich wieder in den Urlaub fahren? Naja, die Chancen stehen eher schlecht, wenn jedes Mal der Urlaub scheiße ist, dass du es dann gleich wieder machen würdest. Das heißt, du würdest dir überlegen, okay, was muss ich anders machen? Weil Urlaub kann doch geil sein, aber irgendwie waren die letzten Urlauber nicht so geil. Das heißt, ich muss schauen, okay, was kann ich machen, damit der Urlaub geil ist? Und genau so ist es auch mit dem Thema Ernährung, Abnehmen und gesund und fit sein. Was kannst du also machen, um genau dieses Ziel zu erreichen? Damit Abnehmen leicht ist, du nicht hungerst, du nicht dauernd schlechte Laune hast und Abnehmen mit so negativen Dingen assoziierst. Das ganz Erste, ich wiederhole es nochmal, weil es so wichtig ist, hör auf, irgendwelche Diäten zu versuchen. Sie werden nicht klappen, ganz egal, welche Diät das ist, ob das Low Carb ist, ob das FDH ist, ob das Keto ist, es wird nicht funktionieren. Hör auf damit und mach dir bewusst, dass das der größte Schwachsinn, der größte Fehler ist, den du machen kannst. Das Ziel ist es nämlich, dich und deine Ernährungsgewohnheiten und deine Denkweise über Ernährung ein für allemal zu verändern. Ja, richtig gehört, du musst dich verändern. Und ich weiß, es klingt simpel, aber genau das ist es. Wenn du am Fundament ansetzt und du bist ja das Fundament, du triffst ja die Entscheidungen, wann du was isst, dann wird es simpel und dann wird es einfach. Abnehmen ist nämlich wie Vermögensaufbau. Wie funktioniert Vermögensaufbau? Nun ja, du versuchst deine Einnahmen zu maximieren und deine Ausgaben möglichst zu reduzieren bzw. zu minimieren. Und die Differenz sparst du und eventuell investierst du sie noch klug in Vermögenswerte. So geht Vermögensaufbau. Und genau so ist es beim Thema Abnehmen. Das einzig Entscheidende ist deine Kalorienbilanz. Das heißt, du musst weniger Kalorien, weniger Energie zu dir nehmen, als dein Körper eigentlich braucht. Hier wollen wir ein Defizit von 10 bis 20% erreichen. Und dabei geht es nicht darum, möglichst wenig zu essen. Das ist, wie am Anfang erklärt, nicht zielführend. Es geht darum, nur ein bisschen weniger zu essen, aber in Form der Energie, nicht in Form der Menge. Energie und Menge haben zwar eine gewisse Korrelation, aber nicht eine 100%ige. Das heißt, es geht darum, die richtigen Lebensmittel für dich auszuwählen, die dir schmecken, die Spaß machen, die dich deinem Ziel näher bringen und die dich satt machen. Wenn du das schaffst, dann ist Abnehmen überhaupt keine Hürde mehr. Und genau deshalb haben meine Klienten auch am laufenden Band garantiert Erfolg. Weil sie nicht eine Crash-Diät machen, sondern weil sie das Fundament, den Kern ändern und sich das Wissen aneignen mit mir gemeinsam. Das heißt, ich gebe ihnen nicht den Fisch und sage Friss, sondern ich zeige ihnen, wie man angelt. Und sie können dann raus in die Welt gehen und für immer satt bleiben und Fische haben. Und genau das lehre ich auch gerne dir in einer kostenlosen Coaching-Session. Das heißt, ich zeige dir in 30 bis 45 Minuten in einer gemeinsamen, persönlichen Coaching-Session, wie das funktioniert, was du genau brauchst, um ein für allemal Körperfett zu verlieren. Gehe dazu jetzt einfach auf meine Website www.jürgendhoman.de, trage dich dort, wie gesagt, für die kostenlose Coaching-Session ein und ich zeige dir, wie du sicher und garantiert an dein Ziel kommst.